Okay! Oh, oh, aha, ja, aha. Es wäre gemein, wenn hier schon was versteckt gewesen wäre. Ah. Hier, kleine Bastarde. Oh. Ah. Da, 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 da. Hi, hi, das ist irgendwie cool. Nein. Hilfe. Ich möchte mal lieber auf die andere Seite. Natürlich ist da was versteckt. Irgendwie... Weiß ich auch nicht. Äh, hä. Ah. Jawohl. Oh. Jetzt muss ich nur noch auf den Idioten rumtrampeln. Finde ich sehr schön. Oh, das tut aber leid. Oh, das tut aber leid. Oh, das tut aber leid. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt können wir erstmal die Münzen abkrabbeln. Was ja so ein bisschen gefährlich gewesen wäre. Alleine, weil wir klein sind. Yay. Hoffentlich kriegen wir noch einen Pilz. Oh. Mir gefällt die Musik. Die ist cool. Ja. Nein, nicht der. Ähm. Warum Kamek? Hä? Wow. Ähm. Wie zur Hölle? Mach ich das jetzt? Oh. Fuck. Ich meine, ähm. Scheiße. Oh. Mist, verdammter. Äh. Das ist was doofes. Hihihi. Stierpenner. So, die anderen lassen wir mal Penner sein. Ah. Jetzt schießen sie schon gegenseitig. Habt ihr Idioten. Au. Blöpp. 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 Jetzt machen wir mal eben Schnelldurchgang. Damit wir schnell nach Kamek kommen. Das eine Kristallchen haben wir ja. Du. Ah. Warte mal. Oh. Haha. Wie. Gut gemacht. Muss ich ja mal sagen. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Ah. Vielleicht müssen wir Münzen einsammeln. Ich weiß es nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Dann sammle ich noch schnell die anderen. Mist. Es geht nicht mehr. Scheiße. Egal. Wird schon. Nichts. Ähm. Wichtiges sein. Okay. Hier ist nichts. Einmal schnell rüberpesen. Ah. Er schenkt mir wieder was. Yay. Ich hätte hier eher gebrauchen können. Und glaubt mich. Ich sehe die Leiter oben rechts nicht. Ich bin ja nicht so verblödet, ne. Dem, 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 dem. Uuuhuhu. Schönen, wie sie mich unterstützen. Auch wenn ich nicht Captain Toad, sondern nur Toadetti bin. Toad, 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 Toadetti mit Butter bestrichen. Da sind Vögelchen. Vögelchen! Kleine, fette Tauben. Ich hab Hunger. Halt. Okay, da ist nichts. Und ich hab so das Gefühl, dass die fette Taube gleich auf uns wartet. Taut! Käpt'n! Oh, Käpt'n, mein Käpt'n. Man muss die doch irgendwie kaputt machen lassen können. Jetzt war das Scheiß drauf. Ich lass sie jetzt einfach mal in Ruhe. Ach du Heiliger. Ich hab aber das Gefühl, als wenn ich hier gerade was verkacke. Waaah! Läuft doch doch gegenseitig ab, bitte! Ach du Scheiße. Ja, ihr seid so dämlich. Ihr seid so unglaublich dämlich. Okay, da sind Münzen. Wuh! Oh. Ah, okay. Ach, das ist einfach wieder... Alles klar. Jawohl. Ich töte dich. Wollen wir jetzt mal hier Sniper-Action. Hihihi. Bum, 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 bum. Boah, Fertanity. Das macht immer voll Laune, wenn ich hier einfach rumballern darf. Wie so ein Irrer. Wie so ein wahnsinniger Massenmörder. Ja! Wir müssen alle sterben. Für meine Zwecke. Ähm. Hihihi. Das ist so geil. Mission complete. Unser Steinchen haben wir auch. Dann würde ich mal sagen... Es ist gerade so ruhig geworden. Halt, warte. Hier sind noch ein paar Steine. Ich kann... Nicht einfach weitergehen, ohne die kaputt zu machen. So. Jetzt hätten wir alles. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Hoho. Hi. Na du, mein... Ah, Manni. Manni. Haha. Echt, das war's schon? Ich wollte schon sagen. Da fehlte noch die fette Taube. Waaah. Waaah. Ai, 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 ai. Das kann nur, Luigi. Diese blöde fette Taube. Waaah. To be continue. 170 Münzen? Nein, nein, ich hätte die ein Münzen einsammeln sollen. Ach, Mann. Episode 3 ist nun verfügbar. Yeah. 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 Toadette, dein größtes Abenteuer. Muss doch einmal starten. Uah. Es tut mir leid. Habe eigentlich nichts gegen dich persönlich, aber du bist ein Arschloch. So, dann wollen wir die nochmal alle töten. Das mache ich jetzt nochmal schnell durch den Gang. Ich würde mal sagen, ich spule es einfach vor. Oh, Mann. Oh. 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 And call depictions. Oh. 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 So kann es weitergehen. Ich habe jetzt nochmal abgebrochen. Wir haben ja schon genug Zeit vertrödelt und... ...jaaaah! Ah! Würd ich mal sagen, ne? Schlagen wir doch mal ein bisschen zurück im Buch. So... ...und machen den Münzrekord endlich mal wieder... ...ähm... ...irgendwie so, ne, halt. Yay! Gib mir was! Gib mir was! Yay! Machen wir mal wieder... ...scherri, scherri, baby! Nennen, nennen, nennen! Nennen, nennen! Nennen, nennen! Wir verlassen Episode 2, die wir meisterhaft abgeschlossen haben. Und führen Captain Toad Rehazure Traka, den dritten Band, endlich auf. Frisch eingetroffenen Buchladen, sofort gekauft. Und ja, starten wir einfach mal. Na nun. Eine neue Location. Sieht sehr schön aus. Alter, das ist wirklich sehr, sehr schön. Boah, gefällt mir. Ah! Einmal kurz gucken, ob sie was bewegt. Ist wirklich mehr als schön hier. Einfach schön. Haha. Na, kommt die fette Taube wieder, oder? Natürlich kommt die fette Taube. Wie kann man nur so hartnäckig sein? Nein! Unser Tau ist dead mit Butter bestrichen. Käpt'n Tau, Rehazure Traka 3. Yes! Das neue Abenteuer unseres Käpt'ns. Wo bist du, Tau-dead? Sofort mehrere Seiten. Und wir gehen mal in die... Uh, Walzen-Inferno. Wir gehen mal ins Walzen-Inferno. Und erfreuen uns eines feurigen Todes. Yeah! Yeah! Dann wollen wir mal. Wow! Hä? Nee, ich schaff' es nicht. Ah, okay. Bin sehr gespannt, wie das hier jetzt wird. Außer höllenheiß. Das ist irgendwie... Das macht irgendwie einen echt coolen Eindruck. So. Aber ganz schnell hier runter. Ah, ich hätte auch so... Okay. Kann ich ja nicht riechen. Aber machen wir kurz die Pusti-Pusti. Wie springt der hier nochmal? Achso, der kommt von da drüben. Okay, alles klar. So. Ah, okay. Da ist er so lahm Arsch. Ich geh, hätte ich auch einfach rüberrennen können. Okay, man weiß ja nie. Man muss aufpassen. Wow! Komm schon, mein dicker Junge, du! Meins! Wieder zurück. Und ich habe das Gefühl... Ich hoffe mal, dass wir alles haben. Ich weiß es nicht. Haha! Ein schönes Level, muss ich sagen. Sehr schön. 75 Münzen haben wir im Sack. Yes! Wir haben 111 hier Kristalle gesammelt. Sehr schön! Und Katapultflug über den Magma-See ist unser nächstes Adventure! Unser nächster Trucker! Yeah! Woo! Das ist irgendwie voll geil. Muss ich einfach mal so sagen. Also... Ich finde das irgendwie voll cool gemacht. Wie zum... Ah, okay. Wollte gerade sagen, wie zum Croxel-Düffig soll ich denn da drauf kommen? Aber hier ist ein Durchgang. Und natürlich ist da ein Steinchen drin. Ein edles Steinchen. Da sehe ich schon die nächsten zwei edlen Steinchen. So. Das Gute ist, das Ding kippt nicht so schnell um. Wird ja, als wenn ich den nicht sehen würde. Ich bin vielleicht zurückgeblieben, aber nicht blind. Lapp! Ah! Wow! Alter! Ich werde mir den Schädel einschlagen, der Sack. Ich werde gerade angerufen. Warte mal. Moment. Es kann weitergehen. Eine frühmorgendliche Belästigung. So. Okay. Dann muss ich mich mal schnell hier drauf hüppeln. Hui! Komm schon, tu es! Ja, du bist so hölldämlich. Okay, hier ist nichts, was irgendwie aufleuchtet. Man muss... Man weiß es ja nie. Man muss ja mal gucken. Haha! Und? Haben wir alles geschafft? Münzen einsammeln? Keinen Schaden? Kein Spike besiegt? Äh. Was zur Hölle? Yay! Ich muss meine Mordgelüste unter Kontrolle halten. Das ist ja voll doof. Ah ja, stimmt. Der steht ja eher so darauf, sich selbst zu verstümmeln. Alles klar. Ich hätte einfach laufen sollen. Gut zu wissen. Arschloch. Hihi. Einfach mal durchrennen. Kriege ich nicht auch irgendwo noch einen Pilz oder so? Yay! Pilz! Ein Pilz für den Toadie. Gut. Das machen wir doch mit links. Aua! Mein Kopf. Aha! Mein Kopf, der tut voll weh. Aber wir haben das Katapult überstanden. Und ich würde mal sagen, mit piependen Blöcke in den Sternen geht es im nächsten Part weiter. Das war es für heute. Arrivederci, meine Klammer Koronis. Und morgen sehen wir uns bei piependen Blöcken wieder in den Sternen. Tüdelü!